Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Gothic 2 Die Nacht des Raben. Beim letzten Mal haben wir hier, ich habe eine Blutfliege gehört, haben wir so ein bisschen was gelevelt, sag ich mal. Und wir machen jetzt noch so ein bisschen weiter. Als erstes gehen wir mal hier links lang, holen uns diese Blutfliegen hier mit unserem schönen Bogen. Ah, und dann kümmern wir uns wahrscheinlich um die Feldräuber. Ach, wie spaßig, schon wieder Feldräuber, von denen hatten wir ja zum Glück noch gar keine in diesem Let's Play getötet. Die sind irgendwie oft benutzt, muss ich sagen. Eigentlich zu oft. Aber na gut, die sind, ich finde ja, die sind nicht sonderlich stark und geben relativ viel Erfahrungspunkte, das ist ja das Gute. Und ich habe eine relativ hohe Reichweite, das sollte ich doch eigentlich hinkriegen, aber ich glaube, das habe ich schon im letzten Wald gesagt. Das letzte Mal, als wir gegen die gekämpft haben. Ja, wenn ich dann krittet, dann geht's auch. Zack, erstochen. Komm her, du blödes Vieh. Da vorne haben wir noch Mollwets. Ja, ja. Red du nur. Ach, komm schon her. Jetzt hör doch mal auf, die ständig zurückzuweichen. Feiges Huhn. Den habe ich gut bisher. Wenn man davon spricht, dann hört es sofort auf, ne? Dann höre ich mir die da drüben noch, wie gesagt. Gut, die sind eine relativ leichte Beute. Welcher blöd, wenn ich es nicht machen würde. Wenn möglich nicht beide. Gut. So gefällt mir das schon besser. Ja, ja. Die haben zum Glück ja keinerlei Sozialwesen, aber ich meine, es sind doch nur große Käfer, ne? Ja gut, Ameisen haben ja wieder noch ein Sozialwesen, ne? Also wenn es Ameisen wären, hätte ich jetzt ein Problem. Dann würden nämlich alle auf mich stürzen. So, ein bisschen Buddlerfleisch. Und jetzt müssten wir, glaube ich, auch nämlich gleich, wenn ich jetzt die Dunkelpilze vernasche, müssten wir gleich einen Mana-Bonus kriegen. Mana plus 5. Da ist er. Jetzt haben wir insgesamt 50 Dunkelpilze gegessen gehabt. Und damit haben wir jetzt schon mehr Mana. Ist ja auch nicht schlecht. So, das reicht erstmal. Damit haben wir jetzt schon 15 Mana. Mana, wie gesagt, da wir als Söldner sowieso keine andere Möglichkeit außer Spruchrollen bekommen, werden wir einfach, äh, ja, bringt es uns das sowieso nicht, da mehr, so viel Mana zu skillen, weil die Spruchrollen brauchen sowieso alle nur 5 Mana in Gothic 2, die nach des Raben. Was ich aber auch gut finde, sonst ist es, ich finde es ein bisschen dämlich, wenn man dann anfängt als Söldner noch auf Mana zu skillen, nur dass man auch die guten Spruchrollen verwenden kann. Dadurch finde ich das eigentlich schon nicht schlecht. Und da haben wir noch einen weiteren Innersschrein. Den könnten wir mal plündern. Dietrich. Wow, wer legt denn einen Dietrich an den Innersschrein? Feuerkraut. Und ich seh'n Käse. Ist dahinter noch was? Nö. Ähm, wir könnten jetzt an dem Ding beten, das möchte ich aber noch nicht. Ich möchte mir das aufheben. Was es mit dem Beten auf sich hat, das werde ich dann noch zeigen, wenn's soweit ist. Aber ich möchte jetzt noch nicht beten, weil das lohnt sich nicht. Es lohnt sich einfach nicht, sag ich mal. Ich hab sowieso fast kein Gold dafür. So, das war's du. Und jetzt mal weiterschauen. Ich würd sagen, wir erledigen zuerst da hinten die Monster auf diesem Friedhof. Und machen uns dann an die Banditen hier vorne, die wir ja auch noch erledigen wollen. Dann schauen wir doch mal. So, da haben wir Mole Reds. Von denen gibt's ja nicht so viele, aber... Naja. Die paar krieg ich jetzt auch noch hin. Vernichten wir ihre letzte Art. Boah, die kommen ja gleich angestürmt, ey. Die haben ja keine Drohgebärden, ey. Aber sie sind One-Hit-Opfer, wenn ich krippe. Das ist schön. Wenn ich jetzt einen krippe mache, ist er down. Down. Super. Dann holen wir uns das dritte Mole Red auch noch. Ich meine, es sind 50 Erfahrungspunkte. Die lass ich doch nicht liegen. Wie die Waffe, du blöder Held. Warum bleibst du stehen? Dummes Mole Red. Ich hätte das so perfekt abgepasst. Und ich glaube, hier gibt's auch relativ viele Pilze auf dem Friedhof. Ja, und hier haben wir ein paar Namen. Wilfried Ukara. Mart, Mure. Und die Musik ist geil hier. Einfach mal hören. Ja, die Musik haben sie gut gemacht hier an der Stelle. Die passt richtig gut. Gibt's ein paar Pflanzen, die möchte ich gerne alle mitnehmen. Unbekannt. Oskar Soorn, aha. Keine Ahnung, was die Namen sollen, wer die sich ausgedacht haben. Aber na gut. Ich meine, die Leute konnten ja nicht mal für den Helden einen Namen ausdenken. Und dann denken sie sich hier für die Toten schon Namen aus, ne? Irgendwie lustig. Aber mein Gott, ne? Hat der Held halt keinen Namen. Beziehungsweise er hat einen Namen. Er sagt ihn ja bloß nie. Ist da oben irgendwas? Kommt man da irgendwie hoch? Weil das sieht so aus wie so ein Secret wieder schon. So, und jetzt möchte ich bloß mal kurz... Da ist ein Höhleneingang. Da kommen wir noch nicht rein. Da sind Goblinskelette. Das Problem ist, die Goblinskelette, die haben, soweit ich weiß, ein mehr oder weniger funktionierendes Sozialwesen. Das heißt, die kriege ich auf keinen Fall. So, dann schauen wir doch mal. Ist da oben ein Secret? Ist da eins? Ist da eins? Ich komm da ja gar nicht hoch. Vielleicht von da hinten irgendwie? Mal gucken. Ja, jetzt kann die Musik sich auch mal wieder beruhigen. So toll ist es ja jetzt nicht mehr. Ich esse mal lieber was, denn ich weiß, dass da gleich ein paar böse Zeitgenossen kommen. Ein paar richtig böse Zeitgenossen. Ich hoffe, ich schaffe die überhaupt schon. So wie ich mich jetzt teilweise mit Mollrats und Feldräubern rumärgere. Glaube ich das nämlich fast nicht. Ne, aber ich glaube, hier kommt man nicht hoch, ne? Ne, kannst vergessen. Also allerhöchstens mit Cheats, aber mein Gott, ne? Dann wird da oben auch nichts sein, was mich jetzt im Spiel sonderlich weiterbringt. So. Das möchte ich auch mal ausprobieren, wie ich gegen die schon... Ob ich gegen die schon bestehen kann. Und zwar haben wir hier Varane. Möchte ich auch mal kurz gucken, inwieweit ich gegen die bestehen kann. Das wäre mir natürlich lieb, wenn ein Einzelner käme. Ich weiß jetzt nicht, wie deren Sozialwesen so ist. Deswegen wäre es ganz gut, wenn ich mal einen Einzelnen kriegen würde. Aber die sind viel zu nah beieinander. Da kriege ich nie einen Einzelnen. Ich hoffe, die haben keinen Sozialwesen. Eui, 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 eui. Niemals. Niemals. Obwohl... Er ist ziemlich blöd. Aber der macht auch Schaden. So. Aber der reicht immer direkt zurück nach einem Angriff. Das ist schlecht für mich. Und der wartet gerade gut ab Also ich kann sie theoretisch schaffen Wenn ich einen guten Tag erwische Und es richtig hinkriege Aber jetzt habe ich irgendwie nicht mehr Hat er irgendwie den Schlag nicht mehr durchgeführt Naja Glaub ich lasse ich erstmal Merken wir uns vielleicht die Stelle Vor allem wenn ich eine bessere Rüstung habe Komme ich hier vielleicht nochmal eher Dann ist das vielleicht machbar Aber momentan glaube ich eher weniger Das wäre jetzt eher Zeitverschwendung und so dringend nötig Habe ich es dann doch nicht Dass ich sage ich muss die jetzt unbedingt holen So und dann versuchen wir mal Das wollte ich gar nicht Wollte die noch gar nicht holen alle Na gut dann gucken wir mal Zwei sind da Die jetzt auseinander zu kriegen wird schwer Also zwei folgen Zwei Wie kriege ich die denn auseinander Ich glaube das wird nichts mit denen auseinander kriegen Ich kann höchstens Ich habe doch Das sind sogar noch dreie Jetzt bist du dran Zwei von eurer Sorte Ich möchte jetzt auch nicht mit euch zu Greg laufen Weil dann weiß ich nur Dass ihr auf die Schnauze kriegt Aber ich die Erfahrungspunkte nicht So jetzt habe ich zumindest schon mal den einen weggekriegt Der läuft schon mal zurück Aber die beiden kann ich glaube ich vergessen auseinander zu kriegen Kommt schon Geschafft Ne es sind immer noch beide Mist 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 Die kriege ich nie auseinander Das kannst du vergessen Bleib stehen du Lump Komm schon komm schon komm schon Nur der hintere soll die Waffe wegstecken Na Mist 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 Und jetzt laufen die auch noch auf dem Weg Okay gucken wir mal Vielleicht schaffe ich ja beide Vielleicht schaffe ich ja beide Ich glaube es zwar nicht Aber vielleicht schaffe ich beide Ach Mist Das ist immer so ein Problem beim Anvisieren Das ist zwar für einen Kampf an sich gar nicht mal schlecht Ach Mist Jetzt sind die zu weit gelaufen Aber Ach Gott Jetzt komme ich nicht mal zum Angriff mehr Ne zwei kann ich vergessen Vielleicht mit einem Feuerball Aber Dass ich ein Feuer schon ausschalte Obwohl jetzt läuft es gar nicht mal schlecht Höppa Ach verdammt Das war es für dich Penner Ne 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 Jetzt kommen so langsam die etwas schwierigeren Stellen Ich glaube ich werde einfach auf einen Zauber zurückgreifen Ich würde die eigentlich schon gerne Mir holen Diese netten Leute hier Wunden heilen Wir haben da noch einen Feuerball Kommt mal her Freunde Kommt mal her Kommt doch mal her bitte Jetzt bist du dran So der dritte kommt blöderweise auch Wie ich das gehört habe Ja den muss ich jetzt erstmal rauskriegen hier Aus der Gruppe Und dann hole ich mir die beiden mittels des Feuerballs Bleib stehen Na natürlich Glück gehabt Glück gehabt Ah Moment Ach verdammt Jetzt kommt natürlich der dritte Roland Den kann ich durchs Haus anvisieren Das ist auch schön Obwohl jetzt kann ich die gut trennen Der eine steckt weg Der andere steckt weg Zack Gut getrennt Gut getrennt Mist jetzt kommt der andere Komm beeil dich doch mal Greif an Ich möchte dich fertig kriegen Bevor der andere ankommt Ach Mist ey Mist aber auch Der ist aber auch schlau Der hat das gemerkt Hab ich das Gefühl Ich will den anderen Verdammt falsche anvisiert Ach komm jetzt stirbt doch einfach Blöder Kunde Hast doch nur noch so ein HP übrig Natürlich den wieder Ich will den anderen Jawoll Nummer 1 down Komm her Ich hab die längere Ich hab den längeren hier Du hast keine Chance Komm her Du hast gegen meinen langen Keine Chance Also läuft doch Wenn man es hinkriegt Die auseinander zu ziehen Dann geht das ja alles Die geben mehr Erfahrung Als die Barane Glaub ich Oder ne Natürlich schlägst du in eine andere Richtung Auf einmal Ich wollte dir gerade ausweichen Okay Die sind schon nicht von schlechten Oh der hat sogar zwei Degen dabei gehabt Oder war das andere Moment Jetzt möchte ich mal kurz gucken Ne es waren zwei Degen Oh geil Das gibt Geld Das gibt Geld Oh ja man Degen der Banditen Das ist ein kleiner besonderer Degen Denn dieser Degen der Banditen Der Buchstabe F ist in den Knauf geritzt Hm was das bloß zu bedeuten hat Interessant 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 Gut Haben wir erstmal das jetzt geklärt Und dann Haben wir den vielleicht Vielleicht können wir da ja mit einem In der Stadt darüber reden Und dann gucke ich mal Da war ja noch so ein Einzelner Jetzt gehe ich nochmal kurz Greg ansprechen Also ich sterbe zwar relativ viel hier Muss ich ganz ehrlich zugeben Ich hatte gehofft es wird weniger Aber Das ist einfach Ich habe das Spiel zu lange nicht mehr gespielt Naja Dann hole ich mir jetzt noch diesen anderen Typen da hinten Der da mit uns mitgelaufen kam Dann habe ich ja noch einen Feuerball übrig Ja den sparen wir jetzt erstmal auf Wir haben jetzt Mana Warum haben wir schon 17 Mana Wahrscheinlich haben wir irgendwann mal zwei Mana Boni Willkommen aus irgendeinem Grund Achso bestimmt von Daron Jetzt sind das noch drei Und jetzt hat uns auch der Bogenheini entdeckt Was natürlich immer das schlimmste ist Wenn er einen der Bogenschütze entdeckt Das war knapp Ja renn so schnell wie du kannst Zwei von eurer Sorte Bitte schieß nicht weiter Bogenheini Habe ich jetzt euch wenigsten von dem Bogentypen getrennt Das wäre mal nämlich ganz hilfreich Ich mach dich fertig Ja ja macht ihr Macht mal Ich gehe renn mal sicherheitshalber nochmal weiter Um euch von dem Bogenheini zu trennen Hol schon mal meinen Feuerball raus Ja renn so schnell wie du kannst So meine Freunde So jetzt seid ihr beide dran Freunde Bitte fress das So mal gucken ob das jetzt klappt Jetzt müsste der ja auf jeden Fall schon mal ein bisschen Schaden haben Oh mein Gott hat der viel Schaden bekommen von dem Feuerball Also ein bisschen mehr hätte ich jetzt schon erwartet Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen Wie viel Feuerschutz hat der denn Alter Das hat ja gar nichts gezogen Das war ja eine totale Verschwendung Da will ich ja jetzt fast schon sterben Damit ich meinen Feuerball zurückkriege Oh meine Gute Ihr schlagt aber auch immer genau in die Richtung In die ich ausweichen will Und jetzt habe ich hier keinen Platz mehr Das war's für dich Penner Näh 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 Ich hasche diese Banditen Okay dein Feuerball nützt nichts Hab ich das Gefühl Den können wir vergessen Alter was haben die denn bitte für einen Feuerschutz Habt der auch so einen hohen Bogenschutz Jetzt bist du dran Der ist schon fast geringer Hat sich auf jeden Fall gelohnt Da mal mit dem Bogen drauf zu holzen Und ich habe einen Pfeil verloren Warum Ja kletter du erstmal auf den Zaun Dann kann ich schon mal den hier einmal treffen So Jetzt gehen wir ein Stück in die Richtung Damit ihr nicht zu nah an die Taverne kommt Damit ich eure Erfahrungspunkte auch wirklich bekomme Jetzt habe ich mich wieder gedreht Das gibt es doch gar nicht So Oh Crit Perfekt Muss ich nur konzentrieren Dann geht das auch alles Meine Gute Jetzt rennen wir ja wieder zurück Ich will den anderen bitte anvisieren Autsch Eieiei Ist das eng hier Falscher Falscher Habe ich den anderen gerne Danke Ach Mist Ist der den nicht hält Na gut Der kann ja nicht wissen was ich will Ne Das ist das Problem Falsch Ach Jetzt läuft es immer so gut Wenn ich den einen wegkriegen würde Wäre es vorbei Boah Verdammt Was ist denn jetzt los Jetzt habe ich im Stein festgegangen Das ist gemein Und jetzt Visiere ich schon wieder den falschen an Ach meine Güte Jawohl Einer down So Jetzt kann ich dich nämlich auch Verdammte Kacke Junge Geht's dir noch gut Wieso hat er mich jetzt mit einem Schlag Mann machen die stark gekritzt Die sind ja fast so wie ich Boah Jetzt hatte ich euch doch fast Das geht mir jetzt schon so ein bisschen Auf den Sack Muss ich sagen Ich würde gerne den hinteren anvisieren Das wäre Jawohl Jetzt bist du dran Mist Wenn man den hinteren anvisiert Und einer dazwischen steht Dann trifft der Pfeil nämlich immer Egal wie viel Genauigkeit man hat Aber das hat irgendwie nicht ganz geklappt Jetzt habe ich ihn nur einmal getroffen Wie soll ich ihn das bitte diesmal schaffen Jetzt habe ich... Warum habe ich jetzt nicht getroffen Und die mich Ich habe nichts gesehen In diesem Scheißbaum wieder Autsch Zwei gegen ein ist doch unfair Ich komme ja nicht mal zum Angriff Oh das war ein Crit Der war schon gar nicht schlecht Natürlich Oh jawohl Der war ja richtig gut Alter Block Block doch Nein jetzt kommen sie Bitte tötet ihn mir nicht Nehmt mir nicht Och man ihr wohlkommenen Wichser Ey Wir müssen unseren Teil an die Stadt abgeben Tun wir es nicht Bekommen wir am Ende noch Ärger mit den Paladinen Ja gut man kann es jetzt nicht ändern Aber wenigstens hat er den mir jetzt nicht gelootet Das konnte ich noch verhindern Oh man Das ist jetzt ärgerlich Da habe ich mich dann doch mal Gar nicht so dumm angestellt Und dann Klauen die mir den einfach Oh ne alte Steintafel Die haben sie wohl von Erol geklaut Komplembeere Na super Hat sich das wenigstens ein bisschen gelohnt Trank schlucken Ich könnte auch einfach pennen gehen Aber mein Gott ne Jetzt will ich mich wenigstens noch um diesen letzten Typen da vorne kümmern Wir haben schon viel zu viel Zeit wieder in dieser Folge verbraucht Aber ich möchte auch irgendwann mal so ein bisschen weiter Eigentlich komme ich ja nicht weiter Das ist ja das Schlimme ne Ach Mist Ärgert mich jetzt schon Da sind mir schon wieder 100 Erfahrungspunkte durch die Lappen gegangen Aber naja Und wie gesagt Es tut mir leid Wenn das ein bisschen langweiliger jetzt ist Aber das ist eben das Problem Wenn man mal die Vor allem Wenn man mal die Statistiken anguckt Wir haben 42 Stärke Eine Waffe Die 50 Schaden macht In Gothic 1 Werden wir damit eigentlich schon reif Für das Kapitel 3 Und hier reicht es nicht mal für Kapitel 1 Das ist schon irgendwie krass Find ich Es sind ja immer noch zwei Aber diesmal müsste ich sie rauskriegen Weil der eine ein Bogenschütze ist Da müsste ich die eigentlich auseinander kriegen können Ja renn so schnell wie du kannst Komm her du blöder Kunde Solange du alleine bist Hast du sowieso keine Chance Ich mach dich fertig So nur Sicherheit selber Weil ich jetzt nicht weiß Kommt der Bogenschütze Dann komm her mein Freund Dann komm her Natürlich Geht gut los Meine Güte Blöder Zaun Blöder Zaun Du bist im Weg Jawohl Crit Jetzt ist das Ganze wieder ausgeglichen hier Er hat nämlich auch einen Crit gemacht Oi 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 Der war knapp Ich näher mich schon wieder viel zu sehr der Taverne Jawohl So und dann holen wir uns hoffentlich noch den letzten Banditen jetzt Diesen blöden Bogenschützen Aber eigentlich sind die Bogenschützen ja meistens so aufgestellt Wenn die nicht in Nahkampf gezwungen werden Haben die eigentlich in der Regel schlechtere Waffen Ich meine sonst wären sie ja auch schon ein bisschen gemein ne Wenn sie im Bogen schießen und darin super wären So dann bist du jetzt dran Du bist jetzt endgültig der Letzte Ja mal noch Heilpflanzen merke ich Die nehme ich mal mit Schaden kann es auf keinen Fall So viel Lebensenergie wie ich ja immer verniere Genau verliere Komm her Junge Komm her Dann ist die Brücke endlich frei Oh gleich ein Crit zum Anfang Geil Ja der hat nur einen Knüppel der Kunde Komm her Junge Komm her Ich hab den längeren Hab ich dir das schon gesagt Dann müsste ich aber auch damit zuschlagen Du blöder Held Oh ich hab noch einen Crit gemacht Zwischendurch gar nicht gemerkt So das war dieser Bandit Super und damit haben wir die Brücke befreit Und haben jetzt auch wieder die Zusätzlichen Steintafeln zurück Gegen der Banditen Ähm jetzt haben wir die Steintafeln zurück Die eigentlich Erol gehört haben Jetzt haben wir ihm schon drei gegeben Heben wir die Steintafeln auf Oh hier ist noch eine Goblin Bäre Wie geil ist das denn Scheiß die Waffe nicht mitnehmen kann Ein Goblin Bären findet man glaube ich auch mehr als von diesen anderen Muss ich dafür Schlösser knacken können Ich dachte eigentlich ich kriege einen Schlüssel Vom Schlösser knacken verstehe ich nichts Dann war die Truhe unten wo ich den Schlüssel anwenden konnte Na gut Aber ich würde sagen nach diesem glorreichen Sieg Machen wir jetzt auch erstmal Schluss Und wie wir beim nächsten Mal in Richtung der Banditen gehen Und dann hoffentlich endlich auch Äh der Banditen der Söldner gehen Und vielleicht da schon aufgenommen werden Das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Gothic 2 Bis dahin Ciao 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 Ciao